Christianis 2. Bundesliga-Saison 2015-2016. Der TV Riepoldstein empfängt den SC Fürstenfeld-Druck. Im Eingangsdoppel Dr. Nico Christ an der Seite von Alexander Fleming. Sowohl Nico Christ als auch Fleming waren bereits zweimal nationaler deutscher Tischtennismeister im Tischtennis-Doppel. Allerdings mit anderen Partnern. Fleming 2009 und 2013 mit Jörg Schlichter. Und Nico Christ, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, sogar einmal an der Seite von Basti Steger. Innengegenüber der Linkshänder, der aufschlagen wird, Philipp Cipin und die Nummer ca. 150 der Weltrangliste, Michael Obezla. Geht'shautler. Ja. Vielen Dank. 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 Come on. Thank you. Oh. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.